Sie hören den Artikel Holstentor aus Wikipedia der Freien Enzyklopädie mit dem Stand vom 6. Januar 2013. Der Inhalt steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share-Like 3.0 Unported und unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. Das Holstentor ist ein Stadttor, das die Altstadt der Hansestadt Lübeck nach Westen begrenzt. Wegen seines hohen Bekanntheitsgrades gilt es heute als Wahrzeichen der Stadt. Das spätgotische Gebäude gehört zu den Überresten der Befestigungsanlagen der Lübecker Stadtbefestigung. Es ist neben dem Burgtor das einzig erhaltene Stadttor Lübecks. Das Holstentor besteht aus Südturm, Nordturm und Mittelbau. Es hat vier Stockwerke, wobei das Erdgeschoss im Mittelbau entfällt, da sich hier der Durchgang, das Tor, befindet. Die nach Westen statt auswärts zeigende Seite wird als die Feldseite bezeichnet. Die stadteinwärts weisende Seite ist die Stadtseite. Die beiden Türme und der Mittelbau scheinen von der Stadtseite gesehen eine Einheit zu sein. Zur Feldseite sind sie deutlich voneinander abgesetzt. Die beiden Türme stehen hier halbkreisförmig vor und liegen am weitesten Punkt ihres Radius 3,5 Meter vor dem Mittelbau. Auf den Türmen sitzt je ein kegelförmiges Dach. Der Mittelbau ist von einem Giebel besetzt. Der Durchgang und die Innschriften Der Durchgang war früher zur Feldseite mit zwei Torflügeln versehen, die nicht erhalten sind. Ein Fallgatter wurde erst 1934 angebracht und entspricht nicht den ursprünglichen Sicherungsanlagen. An dieser Stelle befand sich einst ein sogenanntes Orgelwerk, bei dem die Eisenstangen einzeln und nicht als Ganzes heruntergelassen wurden. So war es möglich, alle Stangen bis auf ein oder zwei bereits zu senken und dann abzuwarten, um den eigenen Männern noch ein Hindurchkommen zu ermöglichen. Über dem Durchgang ist auf der Stadt wie auf der Feldseite je eine Inschrift angebracht. Auf der Stadtseite lautet dieser SPQL und ist von den Jahreszahlen 1477 und 1871 eingerahmt. Ersteres war das vermeintliche Datum der Erbauung. Korrektes Datum ist allerdings, wie man inzwischen weiß, 1478. Letzteres das Datum der Restaurierung sowie der Gründung des Deutschen Reiches. Diese Inschrift hatte das römische SPQR zum Vorbild und sollte entsprechend für Senatus Populusque Lubicensis stehen. Sie wurde allerdings erst 1871 angebracht. Vorher gab es an dieser Stelle keine Inschrift. Sie hätte auch wenig Sinn gehabt, da der Blick auf die unteren Bereiche des Holzentors von der Stadtseite aus durch hohe Mauern versperrt war. Eine andere Inschrift befindet sich auf der Feldseite. Dort steht Concordia domi foris pax, Eintracht innen, draußen Friede. Auch dieser Schriftzug stammt von 1871 und ist eine verkürzte Form der Inschrift, die zuvor auf dem nicht erhaltenen Vortor gestanden hatte, Concordia domi et foris paxane res est omnium pulcherima. Aber Eintracht innen und Friede draußen sind in der Tat für alle am besten. Befestigungen der Feldseite Funktionsgemäß sind die Feld- und die Stadtseite sehr unterschiedlich gestaltet. Während die Stadtseite reich mit Fenstern geschmückt ist, wäre eine solche Ausstattung zur Feldseite angesichts der erwarteten Gefechtssituationen unpassend gewesen. Zur Feldseite zeigen daher nur wenige kleine Fenster. Außerdem ist das Mauerwerk von Schießscharten durchsetzt. Auch die Mauerdicke ist zur Feldseite gewaltiger als zur Stadtseite. 3,5 Meter im Vergleich zu weniger als ein Meter. Die Überlegung beim Bau mag auch gewesen sein, das Tor von der Stadtseite im Notfall schnell zerstören zu können, damit es einem Feind nicht als Bollwerk in die Hände fiele. Zur Feldseite zeigen die Schießscharten sowie die Öffnungen der Geschützkammern. In jedem Turm befanden sich im Erdgeschoss, im ersten und im zweiten Obergeschoss je drei Geschützkammern. Diese sind im Erdgeschoss nicht erhalten. Da das Bauwerk im Laufe der Jahrhunderte im Erdboden eingesunken ist, liegen sie mittlerweile 50 Zentimeter unter dem Erdboden und noch unterhalb des neuen Fußbodens. Im ersten Obergeschoss gibt es zusätzlich zu den erwähnten Kammern noch zwei Schießscharten für kleinere Geschütze, die über und zwischen den drei genannten Kammern lagen. Kleinere Öffnungen gibt es auch im dritten Obergeschoss, wo für Handfeuerwaffen nach vorne und nach unten weisende Scharten eingelassen sind. Der Mittelbau hat keine Schießscharten, die über dem Durchgang liegenden Fenster waren auch dazu ausgerichtet, einen eindringenden Feind mit Pech oder kochendem Wasser zu übergießen. Ornamentierung Die auffälligsten, nicht unter praktischen Gesichtspunkten angebrachten Ausschmückungen sind die zwei sogenannten Terrakotta-Bänder, die rund um das Gebäude laufen. Diese bestehen aus einzelnen Platten, die meist quadratisch sind und eine Kantenlänge von 55 cm haben. Auf den einzelnen Platten ist jeweils eines von drei unterschiedlichen Ornamenten zu sehen. Eine Anordnung vierer heraldischer Lilien, ein symmetrisches Gitter und eine Darstellung von vier Distelblättern. Es gibt keine erkennbare Reihenfolge dieser immer wiederkehrenden Symbole, jedoch stets nach acht Platten folgt eine anders gestaltete Platte. Diese hat die Form eines Wappenschildes und trägt entweder den lübschen Wappenadler oder einen stilisierten Baum. Diese Schilde sind von zwei Männerfiguren eingerahmt, die als Wappenträger fungieren. Die Terrakotta-Bänder sind während der Restaurierung zwischen 1865 und 1870 wiederhergestellt worden. Nur drei der ursprünglichen Platten sind als Museumsexemplare erhalten. Die neuen Platten geben die einstigen Motive ungefähr wieder, weil man sich auch bei der Restaurierung viel Freiheit erlaubt hat. So ist zum Beispiel bei der Gestaltung des Wappenadlers das Ursprungsmotiv keineswegs exakt wiedergegeben. Der Giebel wurde bei der Restaurierung ebenfalls nicht originalgetreu gestaltet. Hier trifft die Restauratorin aber keine Schuld, denn im 19. Jahrhundert war der Giebel längst nicht mehr erhalten und dessen ursprüngliches Erscheinungsbild einfach unbekannt. Eine alte Darstellung auf einem Altarbild des Lübschen Burgklosters zeigt ein Holzentor mit fünf Giebeltürmen. Da in diesem Bild das Holzentor allerdings inmitten einer Fantasielandschaft aus Bergen und Wäldern steht, ist die Glaubwürdigkeit der Darstellung umstritten. Das Innere Die Innenräume der Türme sind gleichartig gestaltet. Erdgeschoss und das erste Obergeschoss haben die höchsten Decken, während die darüberliegenden Stockwerke deutlich niedriger sind. Zwei enge Wendeltreppen winden sich aufwärts, und zwar jeweils zwischen dem Mittelbau und dem angrenzenden Turm. Gänge verbinden in jedem Geschoss den Raum des Mittelbaus mit den auf gleicher Höhe liegenden Räumen der Türme. Heute ist im Nordturm die Decke des zweiten Obergeschosses herausgebrochen, so dass zweites und drittes Obergeschoss hier einen gemeinsamen Raum bilden. Diese Umgestaltung war 1934 vorgenommen worden und entspricht nicht der ursprünglichen Anlage. Vor den Schießscharten liegen die Geschützkammern. Im zweiten Obergeschoss findet man heute noch Kanonen in den Kammern, die allerdings nachträglich hier ausgestellt wurden und keine Originale sind. Über den Geschützkammern befinden sich Haken, von denen Ketten mit den Kanonen verbunden waren, die den Rückstoß abfedern sollten. Die oberen Geschützkammern des ersten Obergeschosses waren nur über Leitern zu erreichen. Die reiche und wohlhabende Hansestadt Lübeck sah sich im Laufe der Jahrhunderte genötigt, sich immer mit stärkeren Mauern und Befestigungsanlagen gegen Bedrohungen von außen zu schützen. Dabei erlaubten drei Tore den Zugang zur Stadt. Das Burgtor im Norden, das Mühlentor im Süden und das Holzentor im Westen. Noch Osten war die Stadt durch die aufgestaute Wagenitz geschützt. Hier führte das weniger martialische Hüchster-Tor aus der Stadt hinaus. Diese Stadttore waren anfangs einfache Tore und wurden immer weiter verstärkt, sodass es letztlich von all diesen ein äußeres, mittleres und inneres Tor gab. Heute sind nur noch Fragmente der einstigen Stadttore erhalten. Das heute als Burgtor bekannte Tor ist das einstige innere Burgtor, während mittleres und äußeres Burgtor nicht mehr vorhanden sind. Die drei Mühlentore sind restlos verschwunden. Das heute als Holzentor bekannte Tor ist das einstige mittlere Holzentor. Daneben gab es noch ein älteres, inneres Holzentor, ein äußeres Holzentor und noch ein viertes Tor, das als zweites äußeres Holzentor bezeichnet wurde. Die Geschichte des Holzentors ist daher in Wahrheit eine Geschichte von vier hintereinander liegenden Toren, auch wenn nur eines von diesen erhalten ist. Die Bezeichnungen der einzelnen Tore wechselten naturgemäß mit dem Entstehen und Verschwindenden der Komponenten. Das mittlere Holzentor war einst ein äußeres Holzentor, ehe die zwei jenseits davonliegenden Tore errichtet wurden. Auch heute findet man eine ziemliche Verwirrung der Namen, wenn man geschichtliche Rückblicke sichtet. Im Folgenden werden die vier Tore und ihre Geschichte beschrieben. Inneres Holzentor Das älteste Holzentor wachte direkt am Ufer der Trave. Von der Stadt aus musste man durch dieses Tor, um auf die über den Fluss führende Holstenbrücke zu gelangen. Wann hier erstmals ein Tor errichtet wurde, ist unbekannt. Die Holstenbrücke wurde erstmals 1216 in einer Schenkungsurkunde des dänischen Königs genannt. Es ist wahrscheinlich, dass es zu jener Zeit bereits ein Tor und eine Mauer entlang der Trave gab. Die Benennung der Holstenbrücke hat den einfachen Hintergrund, dass der westliche Ausgang der Stadt nach Holstein zeigte. Aus den Chroniken geht hervor, dass 1376 die Holstenbrücke und das Tor erneuert wurden. Das Aussehen des hierbei errichteten Tors ist durch den Holzschnitt der Lübecker Stadtansicht des Elias Diebel gut überliefert. Dabei handelt es sich zwar um eine Stadtansicht von der östlichen Wagenitzseite des Altstadthügels, der Künstler klappt aber wesentliche Bestandteile der Westseite hoch, sodass auch diese sichtbar werden. Es handelte sich um einen rechteckigen Turm mit einer hölzernen Galerie im oberen Teil. Zu einem nicht bekannten Zeitpunkt des 17. Jahrhunderts wurde das innere Holstentor durch ein kleineres, schlichtes Fachwerktor ersetzt. Womöglich sah man wegen der inzwischen starken Außenbefestigung keinen Sinn mehr in einem starken inneren Tor. Verbunden war das innere Holstentor mit dem Haus des Zöllners, der an dieser Stelle über den Zugang zur Stadt wachte. Das Fachwerktor wurde 1794 durch ein einfaches Gittertor ersetzt. Dies wurde wiederum 1828 abgerissen, gemeinsam mit dem Zöllnerhaus und der Stadtmauer entlang der Trave. Es ist wahrscheinlich, dass es auch am entgegengesetzten Ufer der Trave frühzeitig ein Tor gab. Sein Aussehen ist aber nicht überliefert. Wenn es existiert hat, wurde es vor oder nach dem Bau des mittleren Holstentors abgerissen. Mittleres Holstentor Im 15. Jahrhundert hielt man die Toranlagen nicht mehr für ausreichend. Die Verbreitung von Schusswaffen und Kanonen machte stärkere Befestigung nötig. Man beschloss also, ein weiteres Tor zu bauen. Das äußere Holstentor. Später als mittleres Holstentor und heute nur noch als das Holstentor bekannt. Die Finanzierung war aufgrund eines Vermächtnisses des Ratsherrn Johann Brohling über 4000 Mark lübisch sichergestellt. 1464 begann der Ratsbaumeister Hinrich Helmstede mit dem Bau, der 1478 vollendet wurde. Errichtet wurde es auf einem sieben Meter hohen, eigens aufgeschütteten Hügel. Bereits während der Bauzeit erwies sich diese Unterlage als instabil. Im morastigen Grund sackte der Südturm ab, sodass man schon beim Weiterbau versuchte, einen Ausgleich für die Neigung zu schaffen. Äußeres Holstentor Das äußere Holstentor war auch unter dem Namen Renaissance-Tor, Vortor oder Krummestor bekannt. Es wurde im 16. Jahrhundert errichtet, als man westlich des mittleren Holstentores einen Wall aufschüttete und in diesen ein weiteres Tor einließ. Das äußere Holstentor wurde 1585 vollendet. Sein östlicher Ausgang war nur 20 Meter vom mittleren Holstentor entfernt, sodass dieses neue Tor den Blick darauf versperrte. Zwischen den Toren wurde ein ummauerter Bereich geschaffen, der als Zwinger bezeichnet wurde. Verglichen mit dem rund 100 Jahre älteren mittleren Holstentor war sein Vortor klein, jedoch an der Frontseite, der Feldseite, viel reichhaltiger verziert. Die Stadtseite war dagegen schlicht gehalten. Als erstes der Tore trug das äußere Holstentor eine Inschrift. Sie lautete »Pulcra res est pax foris et domi concordia« »Schön sind der Friede draußen und die Eintracht innen« und war an der Stadtseite angebracht. Später wurde sie auf die Feldseite verlegt und leicht abgeändert. »Koncordia, domi et foris pax, sane res et omium pulcherima« »Eintracht innen und Friede draußen« sind in der Tat für alle am besten. Der Erbauer des Renaissance-Tors war vermutlich Ratsbaumeister Hermann von Rode, der sich für die Gestaltung der Front an niederländischen Vorbildern orientierte. Das Tor bestand rund 250 Jahre und fiel letztlich der Eisenbahn zum Opfer. Es wurde 1853 abgerissen, um Platz für den ersten Lübschen Bahnhof und die Gleise zu schaffen. Heute besteht auch dieser Bahnhof nicht mehr. Der jetzige Hauptbahnhof liegt etwa 500 Meter weiter westlich. Am Anfang des 17. Jahrhunderts wurden vor dem Stadtgraben neue Wallanlagen unter der Aufsicht des Festungsbaumeisters Johann von Brüssel errichtet. Im Rahmen dieser Bauten wurde 1621 ein viertes Holzentor errichtet. Es war vollkommen in die hohen Welle eingebettet und von einem achteckigen Turm begrünt. Die Torbögen trugen die Inschriften »Cideus pro nobis quis contra nos« »Wenn Gott für uns ist, wer wird dann gegen uns sein« und »Sub alis altissime« »unter dem Schutz des Höchsten«. Das Tor, als letztes der vier Holzentore entstanden, verschwand auch als erstes nämlich im Jahre 1808. Über den Stadtgraben führt als älteste Lübecker Steinbrücke die Puppenbrücke nach Holstein. Abbruch und Restaurierung im 19. Jahrhundert Im Zuge der Industrialisierung sammern die Befestigungsanlagen nur noch als lästige Hindernisse. 1808 wurde das zweite äußere Holzentor, 1828 das innere Holzentor und 1853 das äußere Holzentor abgerissen. Es galt damals nur als eine Frage der Zeit, bis auch das mittlere Holzentor, das einzig verbliebene der vier Tore, niedergerissen würde. Tatsächlich gab es 1855 eine Eingabe lübscher Bürger an den Senat, endlich das verbliebene Tor abzureißen, da es einem Ausbau der Bahnanlagen im Weg stünde. 683 Unterschriften stützten diese Eingabe. Allerdings gab es in jener Zeit auch Widerstände gegen die Zerstörung der alten Bausubstanz. So schrieb 1852 August Reichensperger Selbst Lübeck, einst das stolze Haupt der Hanse, scheint den Abglanz seiner früheren Herrlichkeit nicht ertragen zu können. Es verstümmelt, beschneidet und übertüncht so unverdrossen, dass die moderne Aufklärung sich bald seiner nicht mehr zu schämen haben wird. Als König Friedrich Wilhelm IV. von Preußen davon hörte, entsandte er den damaligen Konservator für Kunstdenkmäler im Königreich Preußen, Ferdinand von Quast, um zu retten, was zu retten ist. Der Streit um den Abbruch zog sich lange hin. Erst 1863 kam es zu einer Entscheidung, in der die Lübecker Bürgerschaft mit nur einer Stimme Mehrheit beschloss, das Gebäude nicht abzureißen und stattdessen umfassend. Inzwischen war das Tor in einem sehr schlechten Zustand, da es jedes Jahr einige Zentimeter im Erdboden versank. Die tiefsten Skischarten befanden sich bereits 50 Zentimeter unter dem Erdboden und die Neigung des gesamten Tores nahm gefährliche Ausmaße an. Dadurch veränderte sich die Statik des Gebäudes drastisch, sodass man den Einsturz befürchtete. Bis ins Jahr 1871 wurde das Holzentor von Grund auf restauriert. Hiernach änderte sich die Beziehung der Lübecker zum Holzentor. Es wurde nicht mehr als lästige Ruine wahrgenommen, sondern als Wahrzeichen einer stolzen Vergangenheit. 1925 machte der Deutsche Städtetag das Holzentor zu seinem Wahrzeichen. Schon 1901 übernahm der Marzipanhersteller Niederegger das Holzentor in seinen Firmenwappen. Andere lübsche Firmen taten es ihm gleich. Restaurierung 1933-34 Da sich die Neigung der Türme fortsetzte und letztlich noch immer ein Einsturz nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde eine zweite Restaurierung erforderlich. Zu dieser kam es in den Jahren 1933-34, in denen das Holzentor derart befestigt wurde, dass es endlich sicher stand. Bei dieser letzten Restaurierung wurden Stahlbetonanker zur Sicherung der Türme eingesetzt, die von eisernen Ringen umgeben wurden. Es wurden aber auch Umgestaltungen vorgenommen, die nicht den ursprünglichen Charakter des Tores entsprachen, unter anderem die erwähnte Zusammenlegung der Geschosse des Nordturms. Die Nationalsozialisten machten das Holzentor zum Museum. Dies wurde Ruhmes- und Ehrenhalle genannt und sollte lübsche und deutsche Geschichte aus Sicht der nationalsozialistischen Ideologie darstellen. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurden bauhistorisch heute nicht mehr vollständig nachvollziehbar kleinere Ausbesserungsarbeiten am Holzentor durchgeführt. Von März 2005 bis Dezember 2006 wurde das Holzentor erneut restauriert. Die Restaurierungskosten wurden auf etwa eine Million Euro geschätzt, wobei eine Summe von ungefähr 500.000 Euro von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz und der Possil-Stiftung aufgebracht wurde. Der Rest der Kosten wurde hauptsächlich über Spenden von Privatpersonen, Firmen und wissenschaftlichen Einrichtungen übernommen. Ein 1934 angebrachtes Hakenkreuz wurde wenige Tage nach Gerüstaufbau von Unbekannten herausgeschnitten und mitgenommen. Es galt als letztes an einem öffentlichen Gebäude in Deutschland und sollte im Laufe der Arbeiten mit einem Blech überdeckt werden. Anstelle des gestohlenen Hakenkreuzes wurde eine Platte mit der Jahreszahl 2006 zur Erinnerung an den Abschluss der Restaurierungsarbeiten angebracht. Am 2. Dezember 2006 wurde das Holzentor im Rahmen einer Lichtershow des Künstlers Michael Batz der Bevölkerung wieder zugänglich gemacht. Das Holzentor heute Seit 1950 dient das Holzentor wieder als Museum, nun für Stadtgeschichte. Funde aus Alt-Lübeck wurden präsentiert, die Entwicklung des mittelalterlichen Lübecks in Modellen und Bildern dargestellt und Modelle der Schiffe der Hanse, wie das Flaggschiff Adler von Lübeck ausgestellt. Auch dieses Museum war historisch nicht exakt, so beinhaltete es auch eine Folterkammer mit einem Verlies, einer Streckbank und weiteren Torturgeräten. Eine solche hatte sich aber in Wahrheit im Holzentor nie befunden. Die beiden in der von Harry Marsch gestalteten Anlage vor dem Holzentor liegenden Monumentalstatuen von Löwen aus Eisen werden Christian Daniel Rauch zugeschrieben. Die liegenden Löwen aus Eisenguss von 1823 sind unsigniert. Sie stammen möglicherweise unter Mitwirkung von Rauch von einem Werkstattmitarbeiter. Einer der beiden Löwen schläft, der andere wachende, blickt aufmerksam auf den ersten. Weitere Abgüsse der gleichen Löwen befinden sich vor dem Schloss Philipsruhe in Hanau. Ursprünglich befanden sich die Lübecker Löwen seit 1840 vor dem Wohnhaus des Kaufmanns und Kunstsammlers Johann Daniel Jacobi in der großen Petersgrube 19. Standen 1873 bis zu dessen Zerstörung im Zweiten Weltkrieg 1942 vor dem Hotel Stadt Hamburg am Klingenberg und wurden erst später vor dem Holzentor aufgestellt. Passend steht auf der anderen Straßenseite die Bronzestatue der schreitenden Antilope des Bildhauers Fritz Behn. 2002 wurde das Holzentormuseum modernisiert. Dabei wurde nicht nur die Folterkammer beseitigt, sondern alle Räume nach einem neuen Konzept ausgestattet, das die Einbeziehung von Bild- und Tondokumenten beinhaltete. Seit 2006 liegt die Leitung des Museums bei der Kulturstiftung Hansestadt Lübeck. Im Sommer 2010 wurde an der Feldseite des Holzentors durch die Stadt Lübeck ein gelbes Banner mit der Aufschrift »Lübeck kämpft für seine Uni« angebracht, um auch an prominenter Stelle auf die aktuelle Lage der Universität Lübeck aufmerksam zu machen. Ein Stich der Westansicht, Feldseite des Holzentors, ist auf der Rückseite der von 1960 bis 1991 produzierten 50 D-Mark-Scheine. Das Holzentor ist auf der deutschen 2-Euro-Münze von 2006 zu sehen. 1948 erschien es auf den vier höchsten Werten der Bautenserie, der ersten Serie von Dauerbriefmarken in D-Mark-Währung. 2000 folgte eine weitere Briefmarke zu 5 D-Mark und 10 Pfennig in der Serie »Sehenswürdigkeiten«. Eine Stilisierung des Holzentores findet sich seit 1926 im Emblem des Deutschen Städtetages. Umgebung Das Holzentor liegt an der Hauptzugangsverbindung vom Hauptbahnhof über die Popenbrücke in den Lübecker Wallanlagen. Der Holzentorplatz ist umgeben von der Filiale der Deutschen Bundesbank, deren Reichsbankgebäude um einen rückwärtigen Neubau ergänzt wurde. Auf der anderen Seite liegt zwischen den historischen Salzspeichern und dem Gewerkschaftshaus des DGB die Backstein-Expressionistische Holzentorhalle, die zwischen 2005 und 2007 mit Mitteln der Possil-Stiftung zu einem Übungs- und Unterrichtungsgebäude der Musikhochschule Lübeck umgebaut wurde. Zur Verbindung mit dem Hauptgebäudekomplex der Hochschule in der Altstadt wurde im Frühjahr 2007 eine weitere Fußgängerbrücke über die Obertrawe erstellt. Im Hansapark in Siegsdorf wurde 2008 ein verkleinerter und vereinfachter Nachbau des Holzentors fertiggestellt. Der Artikel Holzentor wurde von Tim Geilus mit dem Benutzernamen Was sind die Medien? am 6. Januar 2013 gesprochen. Eine unverbindliche Zusammenfassung der Lizenz Creative Commons Attribution Share Like 3.0 anportet kann unter creativecommons.org slash licenses slash by-sa slash 3.0 slash deed.de nachgelesen werden. Ein Link auf den vollständigen Text der Lizenz findet sich dort. Der Text der GNU-Lizenz für freie Dokumentation kann unter www.gnu.org slash copyleft slash fdl.html nachgelesen werden. Der Artikel findet sich unter de.wikipedia.org slash wiki slash holzentor.